Und jetzt der Ladebildschirm Song. Das ist der Ladebildschirm Song, Ladebildschirm, der Ladebild Song. Die Zombies, die sind schon da. Wie viele von den Längern sind das? Oh, oh, hallo, Fritzi. Oh, oh. Schon viel besser. Wo ist denn meine Nate? Ich hab keine mehr. Okay. Okay. Nichts Achtung, ich brauch auch mal ne Pause. So, ein bisschen Items aufsammeln. Ein bisschen hier. Sebastian! Kommst du bitte? Es gibt Essen. Was? Wann können die das denn? Das war schlecht. Ich will doch nur die Items aufsammeln. Der braucht aber mal drei Stunden zum Bücken. Ist wohl nicht mehr der Jüngste. Nein. Ach, sag nicht, der Glibber ist weg. Das ist doch kacke. Sebastian! Sie sind über uns! Sebastian! Sie sind über uns! Sie sind über uns! Es gibt Frikassee! Da war er, der Frikassee! Wirklich prüft den Clefgang. We will ja auch mal. Ich lasse das nie. Ich lasse das. Ich lasse das. Ich lasse das. Erste das. Ich lasse das. Ja? Ha, das kannst du denn? Siegfried Was schnell Haben wir einen Timer? Ja ja Wo ist denn der letzte? Da hinten ist noch einer Der hat eine Angst überlebt Kommst du bitte, Sebastian Da ist noch was in der Nähe Es kommen noch mehr Spiel nicht den Helden Zurück Brennen Brennen, 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 Brennen Warum brennst du nicht? Jetzt so Achtung, die haben Dynamit Schon wieder Oh Er hat wirklich Dynamit Wollte ich ihm nicht glauben Dem, äh, nicht Sebastian Wie auch immer der heißt Ach, das war knapp Siegfried heißt sie Sie heißt Siegfried Moment So, jetzt können wir ihr helfen Das solltest du dir mal ansehen Ich krieg das nicht auf Es muss noch ein Bedienfeld geben Die Zeit läuft ab Wohin gehen die Kabel? Ich geh Was soll ich tun? Oh, zum Glück ein Safepoint Ich hasse so eine Zeitrucksache Oh, jetzt brenne ich selber Oh, nicht mal ein Item hat er dabei gehabt Oh, oh Äh Die Taste Kidman ist in Gefahr Schau auf Bedienfeld Es hat dieselben Drehscheiben, oder? Ja, eine obere, eine untere Stell die obere auf 22 Und die untere auf 5 Okay Jetzt ist sie tot Was war das denn für ein einfaches Rätsel? Ist du okay Die wollte jemand überleben lassen Ähm Joseph Kidman Joseph Stalin Erstmal Loot Ach, das war kein Loot Ich dachte, das wäre eine Kiste Schade Halt es euch, ich komme Plop Wo sind die hin? Äh Ah, okay Dachte schon Aber er wird links immer noch angezeigt Das heißt, er ist ganz in der Nähe Ja Ich liebe Crits Ich liebe Spritzen Ich liebe Spritzen So Die Kisten haben natürlich wieder nichts für mich Oh, Schüsse Oh, Schüsse Ja, oder Joseph Oh, Blut Oder rotes Wasser Der Jute Sirup Wo bist du? Auf jeden Fall hier nicht unten im Wasser Ah, deswegen bin ich hier Nicht wegen Joseph Den will doch keiner Das Tolle ist, wir müssen uns nicht mehr beeilen Er hat immer noch voll Er hat immer noch voll AP Oh Das wollte ich verhindern Sebastian Sebastian Sebastian, kommst du bitte? Sebastian Sebastian, es reicht Der hat keine Kratzer Die habe ich gerade weggemacht Können wir jetzt weiter? Eins, zwei, drei, vier, fünf Hat er jetzt in seinem Buch gecheckt, ob er da durchkommt durch diese Eisentür? Kleiner Tipp Nein Von der anderen Seite aus verschlossen Sebastian Vielleicht können wir sie anheben, sodass Kidman durchpasst und sie dann von drüben öffnet Wir zählen auf dich Alles klar Die Kidnail wohne Noch nicht mal ein Quick-Time-Event Weiter jetzt Ja, ist ja gut Gehen wir Ja Toll Wir gehen diesen langen, geraden Gang entlang Es Oh oh Noch eine dieser Türen Ein Bosskampf Hochzeitseinladung Detektiv Sebastian Castellianus Achso, Sebastian Castellianus und Detektiv Myra Hansen Würden sich sehr über deine Anwesenheit bei ihrer Hochzeit am Samstag, dem 17. September 2005 um 12.30 Uhr im Veranda-Hotel Crimson City freuen Ah ja Ich bin Okay Sebastian ist mit Myra Hansen Heiratet Die Post Vermisstes Gemeindemitglied in Nervenklinik gefunden Unfassbare Anschuldigung Gemeindemitglied Ferdinand Cabrera war acht Jahre lang verschollen und wurde jetzt in der Biken-Nervenklinik gefunden Er behauptete, die Gemeinde sei eine Art Kult gewesen Interessant Vermisst Fernando Cabrera Ein Psychiatrie-Patient, der aus der Biken-Nervenklinik geflohen ist Punkt Er ist krank und muss rund um die Uhr betreut werden Warum ist auf dem Boden Wasser? Hat wohl jemand beim Saubermachen vergessen Wie man putzt Oder so ähnlich So, Crit Wir brauchen unbedingt mehr Crit Crit Ja, Crit Hallo, Crit Nein, Crit Geht hier, Crit Super, Ziel erreicht So, jetzt nochmal Items begutachten Okay Ach, von da macht er die Mir scheint, als war's das mit der Idylle Ich gehe lieber hier lang Okay Ah Oh, okay. Und rennen.